Komm her. Komm schon. Och du dicke Mann. Dreckskötte du. Ja. Springen. Mann ey. Jupp. Drecksvieh. Schmeißt du oder? Ja. So hätten wir mal. Von vorn. Vorne reinkämpfen sollen. Komm her. Spring spring. So. Tot. Geht doch. Nehmen wir alles mit. Hätten wir ja glaube ich noch einer. Und den können wir später. Vorher möchte ich mal eben. Meditieren. Und speichern. So. Wo ist er denn? Das ist der große Igne Kalüfe. Sehr schön. Schwarzes Einhorn. Kalifornisch. Gambon. Rüstung. Mehr ist hier nicht. Wer soll da noch mehr sein. Stimmt da oben auf den Turm. Wie komme ich denn da hoch? Hier ist ja alles platt. Guck mal hier. Aber er hat er denn. Haftbefehl für Hexer geert. Bären Silberschwert. Brief des Ritters Kalmir. So. Haben wir das auch. Lesen wir mal eben auch. Den Brief. Inventar. Ja sowieso alles. Nicht. Gerade das Beste. Aber boah. Fast 1300 Gold. So. Haftbefehl für den Hexer Gerd. So. Hiermit. Sei kundgetan, dass der als Gerd bekannte Hexer schändliche Verbrechen gegen den Herzog Xteria begangen hat. Entschuldigung. Namentlich. Beleidigung ihrer Herzoglichen durchlaucht. Widerstand gegen die Wachen. Von ihrer Gnadenkollaboration mit dem Usurpator sowie weiteren Taten, die Schaden über die Herzogus Xteria bringen. Alter was für Sachen. Wer ihm Unterschlupf gewährt gilt als Komplize seiner Verbrechen. Es ist die Pflicht jedes einzelnen Unterländer. Nichts. Besonderes. Eine durch. Blostiges. Hoheit. Herzogin des Seelbogens. Brief des Ritters. Keimis. Da lese ich jetzt nicht. Das ist ein bisschen sehr viel. Könnt ihr ja dann. Stopp machen und. Selber durchsucht die Runen. Aber es ist ein bisschen näher. Jetzt auch nicht gerade super nah. Aber. Näher als vorher. Ja reite doch. Gewand. Mein Pädchen. Mit schöner Eleganz. So. Hier sind wir mal lang. Naja. Diese. Möchte ich mehr. Gefährlichen Tiere. Umreiten wir jetzt mal. Reiten einfach mal dem Fert. Dem Pfad entlang. Funk. So. Guck mal. Ja. Mit Plötz hier kann man das nicht lesen. Schnell reisen. Hm. Ach guck mal. Guck mal. Können wir gleich auch mal gucken. Was uns die Ausrüstung. Bringt. Für welches Level die gut ist. Di 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 di. So. Da ist irgendein Feind. Aber wer. Ach guck mal an hier. Sollen wir hier irgendwo runter oder wat. Ach guck mal an was da unten ist. Mitten. Hier im. So. Tot. So. Soll es nicht hier irgendwo sein. Egal. Was haben wir hier. Hab Hilfe für Hexer Gerhard. Gerhard. Das wissen wir alles. So. Aber hier unten muss doch noch was sein. Was haben wir hier. Bärenstahlschwert. Bärenstahlschwert. Notizen eines Gastwirts. Und dann lesen wir uns die mal durch. Natürlich. Natürlich wieder alles hier oben. Obwohl wir die unten getötet haben. Es liegt alles hier oben. Sehr. Ne. Ganz klar. Ja. So. Inventar. Lesen wir das mal. Da. Das war kurz vor. Einbruch der Dämmerung. Dann tauchte ein Hexer auf. Dreckig und unrasiert. Der stankt schlimmer als ein Fisch. Als ein Fischer von Pharo. Er fragte nach einem Zimmer. Und eine Kübel was haben. Ja. Ja. Wenn ihr wollt. Lest euch das durch. So. Dann müssten wir eigentlich nur noch zu den Sirenen. Und hier. Achso. Das ist gar nicht zurückerobert. Oder. Wie sehe ich das. Das haben wir doch hier auch schon ausgeräubert. Richtig. Muschel. Haben wir doch. Soweit gemacht. Machen wir uns mal. Auch zum nächsten Punkt. Der ist hier oben irgendwo. Da. Alter Wachturm. Wenn du Hexenaufträge annimmst. In denen es um seltene Monster geht. Kannst du an legendäre Hexerausrüstung gelangen. Ja. Sehr schön. 120 Meter. Können wir glaube ich auch mal eben so sprinten. Oder. Oh. Oh. Erstmal kurz. Da habe ich mich erschrocken ey. Trotzdem habe ich nicht mal. Geguckt. Wegen den Schemen. Kann man es ja auch gar nicht hier angucken. Richtig. Egal. Gucken wir später mal. Beim Schmied. Aber ich wollte auch nochmal gucken. Richtig. Wegen. Unseren Rüstungen. Die sind hier kaputt. Ich habe gar nichts mit. Er ist bestimmt voll der Brocken. Oder. Wo? Zyklo. Boah. Ich habe dir auch gar nichts getan. Zyklo. Der brennt noch. Das ist sehr schön. Boah. So. So. Tod. Nehmen wir alles mit. So. Wenn wir da sind. Müssen wir uns erstmal. Müssen wir erstmal meditieren. So. Baut ihr auch mal. Fertig gemacht. Das waren die. Schlimmsten Gäbner aller Zeiten. Ach guck mal an. Hier sollen wir rein. Jetzt mal eben. An speichern. Aber wenn wir hier fertig sind. Aber auch ein neues Level. So. Aber waren wir hier nicht schon mal? Oder? Ich habe irgendwie das Gefühl hier. Dass wir hier schon mal waren. Und dass wir hier langlaufen sollten. So. 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 Hat mir jetzt aber auch nichts gebracht. So. Jetzt sind wir mal hier weiter langlaufen. Dann hier. Einfach mal hier rüber. Hier waren wir schon. Aber irgendwas haben wir übersehen. Irgendwas haben wir übersehen. Die Sirenen haben wir hier alles platt gemacht, oder? Hier können wir noch hochklettern. Was haben wir hier? Ach, guck mal. Bärenarmbrust. Haben wir das abgeschlossen? Statt Zuko, Bärenschul-Ausrüstung zusammen. Haben wir alles. So. Quest. So, was haben wir hier noch? Level 29.